NEIN! Finish! Finish! Damit haben wir den Ballon auf Level 13. Let's go! Du kannst mich im Shop mit meinem Creator Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code HUYONAS ein. Vielen Dank! Hey Leute! Wir sind zurück auf unserem Pay2Wid Account und in der heutigen Folge machen wir das größte Opening seit längerer Zeit. Denn heute werden wir unsere kompletten Juwelen ausgeben, die wir in der letzten Folge aufgeladen haben. Also 10.000 Gems für vier Legendäre Königsthronen. Dazu haben wir endlich einmal wieder richtig gute Angebote. Wir haben Legendäre Joker, eine magische Münze, drei verschiedene Angebote mit Gold, Magiethronen, Joker und so weiter und so fort. Plus drei Bücher, die wir auch noch kaufen können. Bücher der Karten jeweils. Denn im heutigen Video wollen wir unseren Trophäenrekord preschen. Der liegt aktuell bei 6500 Trophäen und wir sind aktuell Level 11. Es wird also sehr schwer werden. Wir sind kurz vor 6000. Es ist ein weiter Weg. Und wir werden das Ganze folgendermaßen machen. Wir spielen jetzt aktuell mit unserem Friedhof Deck, solange bis wir das erste Mal verlieren. Und wenn wir dann verlieren, kommen wir zum Opening und wechseln den Friedhof nämlich einfach. Ich habe nämlich schon was überlegt. Wir tauschen den Friedhof nämlich aus mit dem Ballon, den wir dann auf Level 13 bringen im Opening. Ich bin also sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Und ich würde sagen, let's go, euch viel Spaß mit den Highlights. Und ich bin gespannt, ob wir den Rekord preschen können und wie das Opening läuft. Oh, okay, das war jetzt sehr wichtig für uns. Wir bringen auch noch mal Kyre rein. Wir müssen sowieso gerade irgendwas machen. Und jetzt, ich riskiere es mal. Das ist vielleicht ein gutes Timing mit dem Inferneturm. Ich glaube, er hat jetzt wenig Elixier nämlich. Er hat 5 Elixier nochmal gekostet. Er kann das natürlich loggen, aber es kostet ein Elixier. Das waren jetzt insgesamt 8 Elixier gegen 9 Elixier. Und wir haben so viel Schaden bekommen. Hat es gelohnt. Okay, wir gehen jetzt wieder rein, würde ich sagen. Kyre Friedhof. Und jetzt können wir gleich frosten. Und jetzt kriegen wir auch hoffendes Schaden raus. Lore kommt. Komm, zieh. Das ist halt wieder ein bisschen Schaden, aber es könnte mehr sein. Ich glaube, echt gut. Das ist halt jetzt sehr, sehr, sehr praktisch für uns. Wir lassen hier kurz connecten. Jetzt nicht optimal, aber ich glaube, das kann man so machen. Und jetzt können wir halt reingehen. Das bin ich gespannt. Ich wollte dir, der BB-Traffer wird auch noch die Truppen hier ausschalten. Der BB-Traffer. Jetzt forsten wir nur Masters. Ja, sehr schlimm. Souveränes erstes Spiel. Ich gehe es schon mal sehr, sehr offensiv. Wer natürlich kaum Schaden trinkt, als die Valkyre könnte. Ah, da muss es mit keinem Hit mehr. Ja, könnte gefährlich werden. Das war eine sehr gute, das war eine wichtige Defensive. Noch eine Valkyre rein, schnell. Ihr darf halt nicht connecten. Ja, es ist echt, ich will jetzt auf gar keinen Fall jetzt schon so früh verlieren. Ich habe gar kein Bock drauf. Vielleicht wird es jetzt. Ich gehe jetzt einfach rein. Zack. Muss aufpassen. Muss aufpassen. Muss aufpassen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, was machen wir denn jetzt hier am besten? Hässe einfach rein, oder? Ich habe da nichts auf dem Boden in der Sekunde. Das war halt echt mies. Ja, schwierig. Und es ging nun haben wir auch eigentlich Tesla und Dings. Wie heißt es Tesla und Inferno Krache? Und auch Frost. Das ist eigentlich geht's aber. Ja, doch eigentlich geht's. Ich glaube auch, dass der Friedhof jetzt so offensiv war. Da war ich jetzt gerade emotional, weil ich gerade eben verkackt habe. Das war gar nicht gut. Ja, okay. Also wenn der rankommt. WTF was? Ah, ich dachte kurz. Ich dachte kurz, der wiegt jetzt echt ab. Ich wäre so sauer gewesen. Ah. Oh mein Gott. Ich dachte, der ist echt noch ein Hit. Ey, diese überlevelt. Man darf nicht vergessen, wir sind halt nur Level L von den Truppen, aber. So jetzt. Wie lange hat der Tesla um down zu gehen? Oh mein Gott. Komm jetzt aber. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Kosten. Extra spät. Ja, trifft halt die Muskel. Ich glaube, das haben wir leider verloren. Kacke. Ich glaube, der Tesla ist leider gefailt, oder? Ne, ist er nicht. Doch, ist er. Oder? Ja. Ja, das war's. Oh mein Gott, ey. Elite-Barbaren-Boots, aber bei Long Level 13. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Opening. 10.000 Gems. Da ist er los. Bei 6.060 war der erste los. Also, hatten so beide recht, die abgestimmt haben. Okay. Kaufe erfolgreich. 14.000 Gems. An der Stelle wie immer. Vor dem Opening. Wenn ihr mich supporten wollt, ganz unten im Shop könnt ihr meinen Creator Code eintragen. Wisst ihr wahrscheinlich. Jo, Jonas. Danke an jeden Einzelnen, der das macht. Und dann würde ich sagen, wir haben noch 5 Epicas kostenlos. Jäger. Okay. Dann kaufen wir uns zuerst, würde ich sagen, die 3 Bücher der Karten. Nehmen wir zum einen ein gewöhnliches Buch der Karten. Dann haben wir ein seltenes Buch der Karten. Und wir haben obendrauf auch noch das ethische Buch der Karten. Also, damit können wir auch in Zukunft wieder einige Karten maxen. Mal schauen. Okay. Wir legen los. Erstes Angebot. Wir kriegen auch einen Emote dazu übrigens. Mit dem Henker. Stimmt. Mal schauen. Wir haben... LOL. Wir haben direkt einen Legendären Joker einfach. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mega geil. Ich habe gar nicht jetzt mit gerechnet einfach. Dann Rabauken. Wakaienhorde. Elektrogeist. Skelette und... Ja, wir kriegen keine Legendären mehr. Aber krass. So, da haben wir gerade einen Emote. Der schlachtet hier eine Torte ab. Ziemlich geil. Okay. Kauf war erfolgreich. Wir haben jetzt nochmal 30 epische Joker. Und... 100.000 Gold on top. Also, fast eine Million Gold auch schon zusammen. Da haben wir noch die magische Münze. Sehr geil. Können wir gleich gebrauchen. Wir kriegen noch einen Legendären Joker. Ne, zwei Legendären Joker. Und... 75. Wow. Epische. Wow. Die sind... Die wird krass. Also, weil es so knapp ist, holen wir direkt hier den E-Giant Emote. Und auch noch den Schweinschen Emote. Die sind eigentlich beide ganz cool. Zack. Mal reinpacken. Mal zeigen, wie die aussehen. Dann haben wir jetzt zum einen den E-Giant. Der macht so. Der blitzt so. Und das Schweinchen. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt für die 500 Gems. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden alle. Okay. Auf geht's. Lange genug geredet. Wir kommen jetzt zum Opening. Zehntausend Juwelen geben wir aus. Vier Legendäre Königstruen. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 17.000 Gold. 1.700 Karten. 300 seltene. 100 epische. Und vier Legendäre Joker. Und vier Legendäre. Das ist egal. Wir werden danach den Ballon maxen und reinstatten in das Rekord Opening. Und haben auch schon fast eine Million Gold. Und haben auch eine ganze Menge Joker schon mal übrig. Also den Ballon können wir safe maxen haben, würde ich sagen. Also nach dem Opening haben wir safe genug Joker, um den Ballon zu maxen. Hoffe ich zumindest. Aber wenn ich es überschlage, müsste es eigentlich reichen. Wir müssen vor allem natürlich jetzt gute Karten ziehen, die wir auch maxen können. Zeppies sind jetzt nicht so gut. Nee, das ist... Oh, Frost hat mir eigentlich gebraucht, egal. E-Gine ist immer gut. Okay, jetzt die erste Legendäre. Mal schauen. Nachthäste wünsche ich mir. E-Bus ist auch. Es gibt viele gute Legendäre Karten, die wir gebrauchen können. Allgemein sowieso der Account. Wir haben schon zwar ein paar Max-Karten, die wir durch Bücher oder Joker hochbekommen haben. Aber allgemein können wir echt noch bessere Level hinbekommen. So seltener. Epischer. Am besten vielleicht auch ein paar Loons. Das wäre eigentlich optimal. Wir müssen jetzt auch ein paar Jokers sparen. Das ist aber praktisch, weil Joker sind wertvoller als halt die Karten an sich. Die müssen ein bisschen Glück haben. Feuergeist. Feuerwerkerin. Und wir müssen noch eine seltene Karte maxen sogar. Stimmt. Können wir auch gleich. Feuerwehr ist auch stark aktuell. Schweinschen auch. Jetzt. Bitte Loons. Ah. Immerhin der Blitz. Immerhin der Blitz. Wesser als nicht. Jetzt der Legendäre. Ah. Ja. Nee. Nicht so gut. Aber er nimmt es den Königsfest. Dritte Truhe. Wir hoffen auf Loons. Oder irgendwelche guten seltenen Karten. Denn gleich können wir uns auch noch entscheiden, welche seltene Karte wir maxen wollen. Ja. Schwierig. Nehmen wir uns den Zap, oder? Ja. Geht immer. Riese. Hawk. Jetzt. Jetzt bitte Loons. Komm, bitte. Wir kriegen keinen einzigen bisher. Komm. Bitte. Das kann nicht wahr sein. Aber jetzt. Wenigstens eine gute Legendäre. Komm jetzt wenigstens. Holzfäder Nachthexe. Ja. Fischerfäderer trennen. Na ja. Nicht so ganz. Okay. Die letzte Truhe. Vielleicht lacken wir nochmal rein jetzt. Wollten nochmal Joker. Wieder Joker. Wieder Joker. So. Jetzt. Jetzt wird er noch einmal eine richtig gute Truhe. Highline. Jetzt die perfekte Truhe. Wächter. Na ja. Fünf Stück noch. Badzen. Gut. Okay. Hank haben wir auch das Emote. Hm. Bombenturm. Okay. Jetzt bitte Loons. Einfach Loons. Komm. Vergessen wir das. Das war ja komplett Fail. Mit den Loons. Aber egal. Nachthexe. Ach komm. Also. Ja. Die Truhen waren nicht ganz so lucky heute irgendwie. Ich weiß nicht. Aber wir hatten zumindest aus der Magietruhe einen legendären Joker. Und auch die anderen Karten gehen ja in Ordnung. Wärts immerhin. Ja. Okay. Die Truhe war echt nicht so. Dann maxeln wir jetzt den Ballon. Versuchen den Rekord. Und schauen dann, dass wir auf 6.350 pushen. Dass wir dann eben die Musketieren billiger auf Level 13 kriegen. Das wäre wichtig. So. Epic Joker. Sehr geil. Ballon reicht auf jeden Fall jetzt für Level 13. So. Da haben wir es. Ähm. Nicht die magische Münze mehr. Ups. Das ist verpackt. So. Jetzt hier. Das epische Buch der Karten. Und damit haben wir den Ballon auf Level 13. Let's go. So. Zack. Dann würde ich sagen. Ballon rein. Friedhof raus. Und wir sind bereit. Das wird so hart werden. Aber ehrlich gesagt. Beide sollten eigentlich ausreichen. Oh. X-Bogen wahrscheinlich. Gar kein Bock. Oh ne. Nein. Wie dreckig. Oh. Es ist ein Mortar. Es hat halt easy genug. Oh. Noch ein Eisenberg. Ja wahrscheinlich noch ein Nado. Oh. Wie schmerzhaft. Nein. Oh. Gutes Timing. Geht auf die Beiküre. Praktisch. Okay. Vielleicht könnt ihr aber jetzt ganz gut reingehen sogar. Ey. Ich hab ja überhaupt gar keinen Bock auf sein Deck. Ich sag euch wie es ist. Machen wir nochmal. Ich hoffe es klappt so. Ja. Richtig. Versuchen wir es mal. Oh. Ich glaube jetzt ist alles draus was wir brauchen. Oder? Er hat es saved vielleicht den nächsten Tester bestimmt. Extra noch gewartet. Komm. Bitte zwei Hits zumindest. Aber. Ey. Wenn wir so verlieren bin ich so. Ah. Tester. Der Ballon. Der letzte Hit. Es ist so gekauft. Was. Aber ganz ehrlich. Dass er das verloren hat. Mit zwei Gebäuden. Eiswagger und Bogenschützen. Genial. Ah. Hätte ich nicht mehr noch einen Ticken abwarten sollen. Es schmerzt jetzt sogar ziemlich. Wir jetzt müssen ein bisschen rüberziehen. Gute Skelette hier. Und er hat trotzdem schaffen. Nur weil er zu Level 11 ist einfach. Oh. Er hat auch Bass. Und. Er hat wieder alles. Ne. Geht nicht mal ein Hit. Was war das denn? Ich muss sagen. Da muss ich jetzt echt lachen. Was war das denn bitte? Oh mein Gott. Was hat mir ab? Frost. Und die sterben? Ja. Oh mein Gott. Ach komm. Was soll ich denn noch alles machen? Bitte mach deinen Job. Na ja. Facke. Ey das ist so lächerlich. Also da. Was soll ich denn noch mehr machen? Schwierig. Vielleicht ist es ein Mega-Ritter in der Sekunde. Bitte. Ja. Gutes Time. Oh mein Gott. Forst trifft. Oh mein Gott. Bitte. Nein. Aber wir haben nicht verloren. Keine reichen die aus? Ich glaube nicht oder? Nee. Oh das sind 10 Schaden zu wenig. Ich kotz. Nein. Nein. Aber wir haben nicht verloren. Keine reichen die aus? Oh das sind 10 Schaden zu wenig. Ich kotz. Nein. 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 So unverdient. Oh mein Gott. Er hat einfach. Oh. Was. Er hat ein Tornado. Er ist aber jetzt draußen. Mal schauen. Jetzt hat er bestimmt ein Feuer dabei oder so. Ja. Mal schauen. Lol. Er hat ein Spiegel. Der hilft uns aber gar nichts. Ist gut für uns. Eventuell sogar die Dreikonen versuchen. Oh. Knappe Sache. Oh mein Gott. Komm. Finish. Okay. Das war's geil. Okay. Vielleicht mal schauen. Guck mal die sind schon richtig begeistert von uns. Weil die sehen dass wir Level 11 sind. Oh nein. Ist auch in Ordnung. Aber total weh. Und halt vor allem Eisweiger Tornado. Aber an sich ist es wieder gut gegen Ballon. Also mal schauen. Hmm. Tower Trade. Finde ich nicht gut. Normalerweise ist es halt besser für uns. Aber das Problem ist halt das wir solcher Level sind. Und dann hat es halt direkt den Torn schnitten. Kacke das ist nicht gut. Normalerweise wäre das. Eigentlich müssten wir jetzt halt schneller eigentlich. Und auch mehr Schaden machen. Wenn wir durch das Torn halt Level 11 sind. Also das ist halt echt ein Witz. Weil wir hätten eigentlich einen größeren Push. Und hatten. Ja. Wir hätten mal küre Dings eigentlich. Aber gut. Wow. Interessanter Minipacker von ihm. Okay. Das ist ein ganz wilder Blaze der jetzt hier auspackt. Also ob das jetzt die Blaze waren. Ich weiß nicht. Sehr gut. Jetzt haben wir die Chance reinzukriegen. Na schade. Also das war eigentlich die Chance für uns. Ein Hit zu kriegen. Das war jetzt leider. Die Pfeile waren halt leider nichts. Sehr. Wir haben ihn glaube ich. Jetzt. Nichts. Ein Hit noch. Na langsam gefällt mir der Ballon. Hm. Ich kann nicht, dass der Frost ist too much war. Der Magier muss halt noch sterben. Bitte. Dann war's gut. Hm. Was? Jetzt haben wir ein viertes Problem. Darum lassen wir fallen. Müssen wir. Ey. Oh nein. Das war jetzt natürlich eine Katastrophe. Jetzt haben wir doch den Magier am Hals. Ach komm. Wir fallen müssen wir. Ja. Wir haben verloren. Ist aber auch echt schwer auf der Trophäenhöhe ey. Wow. Oh. Jetzt hat halt drei Sekunden die Pumpe gesetzt. Pumpe ist eine Katastrophe für uns. Wir haben keinen Spell dagegen. Jetzt kann er sich noch einen schönen Elixiervorsprung aufbauen. Das ist eine Katastrophe wirklich. Ich weiß nicht was wir machen sollen jetzt. Eigentlich ist mir Minion heute gut für... Ach das ist so lächerlich. Alter. Was ein Timing. Ja. Ich darf es noch probieren. Dann weiß ich auch nicht. So ey. Dieser Schmerz einfach. Guck mal. Das ist auch ein... Das ist halt eher... Normalerweise mache ich jetzt noch weiter. Aber ich weiß halt genau wenn ich jetzt weitermache dann bereue ich es am Ende wieder. Deswegen. Ja. Insgesamt. So. Das war wirklich ein extrem guter Push. Müssen wir wirklich sagen. Wir sind 250 Trophäen nach oben gekommen mit dem Loon. An der Spitze sogar 300 Trophäen. Obwohl wir unterlevelt sind. Wir müssen die Musketieren demnächst dann hochleveln. Und werden dann auch den Friedhof spielen. Und wollen die Season auf jeden Fall den Rekord noch ausbauen. Das schaffen wir auch. Mal schauen. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne noch mal Abstand vorbei. Da ist auch die komplette Playlist mit allen Folgen zum Play2Win Account verlinkt. Und lasst gerne ein Abo da wenn ihr neu dabei seid. Ciao.